Hallo meine Lieben, hier ist ein neues Video von Maya 85 und zwar habe ich bei Lidl was bestellt. Das wollte ich dann einmal mit euch auspacken. Der zweite Teil, der erste Teil ist gestern gekommen. Wir haben nämlich unter anderem Babykleidung von Disney und von den Looney Tunes. Da habe ich einmal von Disney diese Söckchen. Das ist von Mickey Maus und diese hier. Die fand ich sehr süß, waren auch günstig, waren auf 1,99 Euro. Hier ist das Paket. Da waren unter anderem jetzt Respekte vom Lidl. Da kommt auch schon direkt das erste Teil. Da habe ich gar keinen Preis. Einen Moment, dass wir eben die Bestellung aufrufen, dass ich die Preise habe. Und zwar fand ich die Sachen total süß, die sie von den Looney Tunes da hatten. Und da bei uns halt die nächste Filiale 8 Kilometer von uns ist, habe ich das dann online bestellt. Weil das war mir lieber aus dem Grunde, dann bekomme ich die Sachen auch noch. So hätte ich extra richtig frühmorgens mit dem Bus nach Xanten fahren müssen, also mit dem nächsten Ort fahren müssen. Und das dann, ja, holen müssen. So, da habe ich einmal eine Stabquietsche. Das ist von Bugs Bunny. Das setzt man hier so auf den Bauch. Das muss ich natürlich nachher noch abschneiden. Dann drückt man hier so drauf. Ja, dann quietscht das. Die hat gekostet 3,99 Euro. Dann kommt das nächste Teil. Eine Babyjacke. Da habe ich den größeren Fick und das Wechsel zum Stück gestellt. Da ist der Bugs Bunny drauf. Und die ist total süß. Und ja, für Maxi Cosi oder im Kinderwagen reicht das. Das ist echt total Zucker. Dann habe ich noch bestellt eine Schlupfhose. Auch in der Größe 50, 56. Und die fällt so klein aus. Also so putzig. Ähm, mit einer Strumpfhose drunter. Ist doch schon ganz schön. Dann habe ich einen Schlafanzug bestellt. Den habe ich in Größe 56 gestellt. Also ich finde die Sachen von Lidl richtig toll. Wie die Qualität jetzt ist, kann ich noch nicht urteilen. Der ist total süß. Auch mit dem Bugs Bunny drauf. Meinen Schlafanzug habe ich noch nicht. Und deswegen habe ich den nicht ausgesägt. Jetzt habe ich nur noch zwei Wappen drin. Dann habe ich ein Päckchen Bodys bestellt. Mit in der Größe 556. Da sind zwei Farben drin. Ähm. Einmal in diesem. Weiß. Und in hellblau. Da steht Whatsapp. Da steht Whatsapp. Also was ist Dog? Da steht da drauf. Das wird natürlich alles vorher noch gewaschen. Und dann habe ich, weil da kann man echt nicht genug von haben. Und die gab es nur online. Die gab es also nicht im Geschäft. Das habe ich noch. So. Boah. Die sind ja schick. Die sind wirklich toll. Ich breite das mal eben aus. Und dann nehme ich euch mal in die Hand. Also echt toll. So schön. Die gab es also diese Spucktücher gab es nur online. Mir fällt gerade ein, ich habe die ganzen Preise gar nicht sicher. Ähm. Die Mulltücher kosten im Dreierpack 6,99 Euro. Der Schlafanzug hat 4,99 Euro gekostet. Die Schlupfhose 2,99 Euro. Die Jacke 4,99 Euro. Und die Bodys 4,99 Euro. So jetzt. Ach wie süß. Oh ja. Die sind total süß. Also kann ich euch echt nur nahe legen. Die sind so schön die Tücher. Also wenn meine Tochter noch kleiner wäre, die gibt es auch für Mädchen. Würde ich die glatt noch auch für Mädchen kaufen. Weil die so schön sind. Und wie gesagt, die gibt es nur online. Die gibt es nicht im Lidl selber. So. Oh. Und mit Tesk. Na. Sag mal den Tesk. Also kann ich nur empfehlen. Die sind so schön und groß und auch von der Qualität her sehen die richtig toll aus. Ähm. Ja. Das war mein kleiner Lidl Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich werde euch die Seite da unten irgendwo in der Infobox verlinken. Ähm. Es wird auch als Werbung gekennzeichnet. Ich wurde nicht gespannt. Ich habe das also alles selber gekauft. Und ähm. Ja. Also sobald es ein Update gibt. Ich habe jetzt in drei Wochen nochmal einen Frauen-App-Termin. Dann wird es nochmal ein neues Video geben. Und dann wird erstmal eine längere Pause sein, weil wir halt bei uns in NRW Sommerferien haben. Und ähm. Meine Kinder nächste Woche aus dem Ferienlager wieder kommen. Und ähm. Wir auch Besuch bekommen. Und dann noch selber in Urlaub fahren. Und ähm. Ja. Das möchte ich halt als Familienzeit genießen. Ähm. Wir sehen uns aber im nächsten Video. Ich sage Ciao. Euer Mai 85. Hab euch lieb. Vergesst nicht mich zu abonnieren. Und Däumchen nach oben zu geben. Wenn euch das Video gefallen hat. Ciao.